Hallo und Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon. Na ihr wisst schon, Glaze Naslock Challenge. Ja, das letzte Mal waren wir hier in der Stadt angekommen. Jetzt gucken wir uns mal weiter um. Soras Haus, waren wir da schon drin? Ich weiß es nicht, ich geh mal rein. Hallo, hallo Kleiner. Alles klar bei dir? Ich will mich im Pokémon Center was abchecken. Soras ist also im Pokémon Center unterliegt. Ist das schon wieder ein Pokéball, den ich klauen kann? Nein, wir sind nicht solche Leute, die ständig Sachen klauen. Wenn Sora uns abfuckt und wieder unser halbes Team zerstört, kommt mich zurück und klau mir den Pokéball. Aber jetzt? Nee. Vielleicht gibt es ja auch Good Ending und Bad Ending. Wahrscheinlich eher nicht. Was ist das hier? Aha. Willkommen im Master my Counter? Nee. Du hunderttausend kriegst einen Meisterball. Ist auch nicht schlecht. Nö, der hat nun mal Bälle. Schauen wir uns mal weiter um. Hallo alte Omonie. Du? Alpha Graveyard. Ja, der war nicht sehr groß. Und du? Mein Mokmobus Purity auch im Morde. Hier bin ich in der Sorrow. Ach was, Alpha Ruin. Ey, hunderttausend ist doch nicht allzu viel. Und du? Schia, 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 guess what? I beat Sora. Actually, I didn't. Oh, I can't find him. I'm so weird. People said check the Pokémon center. Maybe I will. But how about a battle first? Tu mir den Gefallen. Ja, komm her. Ip, 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 Melton. Wir verlieren, ne? Scheiß drauf. Ah, wir verlieren doch nicht gegen dich. Guck mal, Lithion. In Lithion haben wir erstmal... Ah, Nirvana raus. Sunny Day. Hey, ja, das kommt mir doch gelegen. Erstmal für den Fall, dass er mehrere Pflanzen-Pokémon hat. Weil ich kenne seine Pok- Ach, das war der Evie-Retrainer. Ja, ist alles okay. Dann ist er halt nur ein Pflanzen-Pokémon. Aber ich hoffe, er hat noch ein Dingens mit Drain. Plexion zum Beispiel. Kann doch noch von Bonn-Rita gestört werden. Vor allem mit einer Feuerblast ins Gesicht. Was? Hat nicht getötet. Ja, Hagen ist jetzt natürlich scheiße. Erstmal drauftreten. Nochmal drauftreten. Easy. Ah, ich bin wieder nicht aufgepasst. Vielleicht Flerion? Ah, war vorher. Play Rough, Baby. Warum steigen die ihre Attacke? Das ist doch scheiße. Weckermixt. Hm. Ich hab' nicht so wirklich was gegen Witze. Kevin. Vielleicht Sludge Bomb. Ja, Sludge Bomb zieht eine ordentliche Kanone ab. Und zum Schluss noch Flerion. Wollen wir mal Randale als Miet-Schild benutzen. Obwohl Randale noch ziemlich nützlich werden kann. Hatten wir nicht schon mal Garados? Ich meine ja. Ist gestorben. Äh. Den setz ich denn jetzt ein? Eigentlich war's doch Wokum. Wer setzt den hier ein? Wird schon, äh. Wird die Gehaben zu überlegen. Puri-Storm bitte einmal. Oh, das war natürlich jetzt echt gefährlich. Guck mal, ist auch super effective. Machen wir mal einen Rockblast. Oh, ah. Ah, Umbryon kommt noch. Oh, er ging Umbryon. Auch wieder nichts. Kampfattacken oder so. Wir könnten einen Kampf-Pokémon gebrauchen. Rollout wollte ich nicht machen. Ja, oder so. I'm a girl outed. Tati. What now? It was just getting fun. It can't be over. Uh-huh. Hier, guckt. Richtiger Rottkopf. Well, I'm glad to see what's up in the Pokémon Center. Bye. Have fun. Take care. Bye. Ist das die Arena oder was? Ist ja dann keiner da. Dann brauche ich auch nie reinzugehen. The weather is unnatural, Lages. It's displeased with us. You must pray a child. Pray to us. Blah, blah, blah. Ich pray zu dem, den ich will, äh. War ich hier drin? Ja, schon. Da ist ein Pokéball, den muss ich erstmal... Ach so, hier gibt's eine Assis-Termine. Twisted Swoon. Hab ich schon. Hat mir auch nur Unglück gebracht. Und du, alter Mann, was beschützt du hier so? Peaks of Alpha. Kannst du rein? You know what this is, child? This is the holy mountain. The peaks of Alpha. Only the most centimious may enter here. Dann bin ich auch nicht da rein. Wenn da schon die centimious Leute reingehen, ne? Hab ich nicht nötig. Du, 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 du. Ein Moment, ich cut kurz. Und da sind wir wieder. Mam, mam, mam. So. Ja, da haben wir uns hinterher irgendwas hardcore abgeht. Wo ist Typ denn? Wo ist denn nicht hier? Obst du, es gibt keinen Markt. Erstmal hier gucken. Uhhh. Randale ablehnen. Tja, dann würde ich sagen. Heilen wir erstmal unsere Pokémon. Seit wann rede ich mit der? Hä? Habe ich, Schwester Joy. Ich bin hier, um meinen Pokémon zu halten. Äh. Nee. Bin verwirrt. Ja? Weh. Hm. Okay. Muck. Unser erster Encounter hier. Ja, jetzt die Chance auf den Muck. Moment, das heißt, ich konnte mich nicht heilen. Ihr habt gefragt, ist das denn? Erstmal einen Ultraball werfen. Hallo, Ultraball. Danke. Ja, wie nennen wir einen Muck? Schleimer. Schleimer. Du, 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 du. Tu, du, 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 du. Ja, das war jetzt in unserem Team, da war es halt. Toll. Find ich echt toll, dass das Pokémon-Zetter nicht funktioniert. Arschgeigen. Sonst noch irgendwas, was Pokémon heilt. Na, natürlich gut. Es gibt 200. erst mal aufwählen war nur den ich brauche ich hatte schon haben wir hier schon als erst mal nach vorne switchen exzellent in dorthin was soll er zeigt noch was du drauf hast du tentacruel erst mal sein item klar sagt erst mal sein item klauen leftovers wie schön ah wie nervig was soll das denn was das denn für eine behinderte masche auswechsel ich glaube ich spinne ja kevin kommt mal raus wir haben schon mal das hat jetzt echt viel abgezogen ein ap ja das ist unser guter kevin klein ist dafür zuständig elektro pokémon zu fisten und skalbantula kommt ja machen wir doch mal von rita fireblast vielleicht ja das war knapp erst mal vor restore es zieht auf jeden fall nicht wenig ab und einmal drauf stampfen bitte kommt jetzt das pokémon vom anfang dann doch danke bämm nie hat überlebt Ein Brecher halt. Hiss! Kann ich jetzt hinter den Bein oder was? Oh, erstmal heilen. Und dann ein paar Mumu-Mex. Oh, den Full Restore auf. Lohnt sich auch fast gar nicht. Ja, das hätten wir auch haben können, oder was? Nichts. Das sieht man an. Hier gibt's schon wieder nichts mehr. Oh, guck mal. Hier kommt man rein. Oh, das ist ein Puck, weil der nicht hat. Oh, das ging schnell. Hier kommen wir nicht weiter. Hier kommen wir nicht. Ja, wie komm ich jetzt hier lang? Achso, wahrscheinlich da oben raus. Naja. Hier kann ich surfen. Sah nur so aus. Bibitis! Hier ist doch schön, diese Oberreste. Taken. Item GIF. Überreste fikte. Was ist das eigentlich für ein Item? Der war Melting Ice. Ich hab dem nicht mal die Eisattacke beigebracht. Immer noch nicht. Äh, vielleicht sollte ich die mal... Teile ich mich hier wieder mit Items auf. Der kriegt erstmal nichts. Äh, den setzt immer nach vorne. Äh, der wechselt schon. Leeroy. Ist das doch irgendwo rein? Solange keine Giftpuppen wohl mehr kommen. Surprise! Ja, der hat mich überrascht. Ah, Slowbro. Äh, Play Rough vielleicht? Ja, zieht einiges ab. Ach, hat er auch schon wieder Lefto. Was ist das Arschloch? Erstmal getorben. Äh, getötet. 81, gut. Äh, Wolporion. Ja, Nirvana. Ich will der Kevin Klein einsetzen, aber... Oh, was Ki hat. Ja, Leftovers. Ey, voila. 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 Mach sie. Ja, Critical. Ich hab nicht auch gepasst. Hast du mal draußen lassen? Toxicroak. Du hast doch Fliegen eigentlich sehr wichtig. Immer in Kampf, oder nicht? Ja, sag ich doch. Ja, Player Olli. Verkackt in deine Hose. Kann ich hier surfen? Hm. Habe ich überhaupt ein Pokémon, was Surfer kann? Wahrscheinlich eher nicht. Doch ich meine, Slime auch könnte Surfer erlernen. Dann wäre es echt nützlich für uns. Ah, natürlich nicht. Hätte mich auch stark gewundert, dass wenn irgendwas mal nach Plan verläuft. Mann, mich ärgert, dass ich nur noch nicht den Eisbansch beigebracht habe. Wie schlecht. Ja, und was nutzt mir das, wenn ich das da zerstöre? Oh. Hey, kid. Get out of here. Okay, da bräuchten wir den Elektroattacken, die ich nicht habe. Komisch. Doesn't affect Kevin Klein. Das tut mir echt leid. Bam. Ich habe Zeit für ein bisschen Grove, habe ich das Gefühl. Also hier kann man sich ein ganzes Team von den Leftovers zusammenklauen, habe ich das Gefühl. Wenn das Eis strahlt kann, habe ich gelitten. Naja, kann aber Hypnose. Äh, nicht Hypnose. Ich weiß schon. Belastend. Und nochmal Solarstrahl. Ich dürfte jetzt mal ordentlich Damage machen. Zeig doch. Oh, hat keinen Effekt auf mich. Was Latsch brauchen. Polybark. Nirvana. I fly high. 79. Und Stami. Dürfte gegen mich. Oh, fuck. Das kann wahrscheinlich Eis strahlen. In alten Spielen hätte Donner jetzt nicht getroffen. Eis strahlt kannst du auch noch. Warum kann es denn alle attacken? I'm fucking kidding me. I'm a Nirvana. Hat den Tod nicht verdient. God damn it. Es kann Donner wie Rolljeans verkacken. Kann ich mir auch Wasser attacken? Ja, kann es. Das Stami kann das ja ganzes Team auseinandernehmen. Gleich kommt wieder Donner. Eisbeam auf mich. Was ist denn los mit der? Ich hoffe, dass es das überlebt, ey. Hooligan. Ups. Lass man sich jetzt schon wieder dunkel laufen. Ja, wir haben Verlust zu bekennen. Item tank, habe ich gesagt. Back is full. Musst du denn back full? Ich habe mir das kotzen. Never melting ice. Ey, poison bomb. Ich habe das Gefühl, dass der Typ mich so langsam schon wieder so abfuckt, dass er im Pokémon stehen muss. In irgendwas? Ja, gebe ich hier den Toten. Jetzt gebe ich die Leftovers. Ich habe auch kein ausgeglichenes Team mehr, weil ich die ganze Zeit Pokémon verliere. Wow. Er hat ein Gratessen kam. Natürlich. Was soll's? Wer das denn zu viel verlangt? Okay. Mach halt deine Icicle Spears. Ich rolle dich zu Tode. Arschgeige. Fuck blast. Venusaurus. Habe ich doch mal was, ey. Ey. Die ist sie, dein Ernst. Hab ich keinen mehr, ne? War klar. Meins gegen deins vielleicht? Nicht so eine gute Idee. Wasabi vielleicht. Von Wasabi haben wir auch noch nichts Gutes erlebt. Ja, aber immerhin scheint er das gut auszuhalten. Quagsire. Ich weiß grad nicht, wer Quagsire ist. Doppelschwäche... Dinges. Ich muss niesen. Ach. Entschuldigung. Ich würde sagen, das nächste Mal geht's weiter. Bis dahin, Leute. Bis dahin, Leute. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank.